Salut, hallo! Heute lernt ihr die Pluralbildung kennen. Plural bedeutet Mehrzahl. Es geht also darum, dass wir von mehreren Dingen oder Personen sprechen. Im Deutschen sieht das so aus. Sarah ist ein Kind. Sarah und Nikolas sind Kinder. Kind steht im Singular, also der Einzahl. Der Plural, also die Mehrzahl von Kind, lautet Kinder. Und wie geht das jetzt auf Französisch? Bleiben wir beim Beispiel von vorhin. Sarah ist ein Kind. Sarah ist ein Kind. Sarah und Nikolas sind Kinder. Sarah und Nikolas sind Kinder. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung, zu Hause!